Bei TheSunaNow finde ich interessant, dass sich die Veranstaltung mit dem Thema Urbanität auseinandersetzt. Ich glaube, die Stadt der Zukunft wird viel leiser sein als sie heute ist. Ich glaube, sie wird deutlich grüner sein. Ich denke, wichtig ist einfach, dass Städte kommunikative Orte haben, dass es Orte gibt, wo Menschen zusammenkommen, wo sie sich gerne aufhalten, wo sie sich wohlfühlen. Meine Stadt der Zukunft sieht so aus, dass man die Aufenthaltsqualität an öffentlichen Plätzen verbessert. Auch die individuelle Mobilität ist gestärkt, weil wir die Flächen deutlich effizienter nutzen als heute. Das ist ein riesiges Potenzial. Wir haben heute wieder über viele Lösungen für die Stadt der Zukunft gesprochen. Antworten gab es einige. Für uns hilft es sehr viel, dass wir wieder viele Leute zusammengebracht haben, die an diesen Lösungen arbeiten. Diese Diskussion und diesen Abend sozusagen füllt mit dem Thema Mobilität und Urbanität in Kombination mit einem Unternehmen wie Mini. Ja, fand ich interessant. Das ist einfach das richtige Format, unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Ansätzen dazu zusammenzubringen und ein Plenum zu suchen oder eine Plattform zu suchen, wo man unterschiedliche Meinungen dazu hören kann und einfach auch jetzt den tollen Austausch abfassen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.